Mein Name ist Sabine Schütz. Kurz damit Sie wissen, mit wem Sie hier zu tun haben. Ich bin vom Landeskriminalamt, habe 2007 Informatik studiert an der BA in Dresden, war dann einige Jahre in der freien Wirtschaft tätig im Bereich Suchmaschinenoptimierung, Programmierung, Frontendentwicklung und habe mich dann 2015 bei der Sächsischen Polizei beworben. War jetzt acht Jahre im Ermittlungsdezernat im SN4C, das ist direkt im LK angegliedert, das nennt sich das Sächsische Cybercrime Competence Center. Dazu habe ich später Ihnen noch eine Folie mitgebracht, habe nebenbei noch mal ein Fernstudium gemacht im Bereich Kriminalistik in Bochum und bin jetzt im Oktober an die zentrale Ansprachstelle Cybercrime gewechselt, was ebenfalls im SN4C im LK angesiedelt ist. So, was möchte ich heute mit Ihnen machen? Ich habe Ihnen ein paar Fallbeispiele aus dem Bereich Cybercrime mitgebracht, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben. Dann gehe ich kurz auf die Täterstrukturen ein. Dann unsere Top 5 Phänomene, die uns beschäftigen. Dann wie kann man sich am besten schützen? Welche präventive Maßnahmen gibt es dazu? Und was ist eigentlich die Aufgabe und die Rolle der Polizei? Das ist immer ein bisschen schwer verständlich und ich versuche das mal Ihnen rüberzubringen. Da gibt es immer so Diskrepanzen zwischen Polizei und IT-Dienstleister und wer macht eigentlich was? Das wollen wir heute noch mal beleuchten. Und dann, was Sie tun können im Fall eines Cybercrime-Vorfalls. Bei der Polizei unterscheiden wir generell in Cybercrime im engeren Sinne und Cybercrime im weiteren Sinne. So werden die Taten bei uns gelistet und im engeren Sinne, das sind alles so Sachen, die Straftaten auf die IT betreffen. Das heißt, werden irgendwelche Daten ausgespäht? Gibt es eine Datenveränderung? Finde in der Verschlüsselung statt? Alles, was direkt einen Computer zum Beispiel betreffen kann. Und dann haben wir Taten in Cybercrime im weiteren Sinne und das ist alles, was mittels IT passiert. Zum Beispiel, wenn Sie eine Fishing-Mail bekommen oder eine digitale Erpressung stattfindet, auch via Mail, dann wird das bei uns alles unter Cybercrime im weiteren Sinne gefasst. Angreifer haben wir ganz, ganz viele. Das können Wirtschaftsspione sein, interne Mitarbeiter, externe Mitarbeiter, welche die schon mal im Unternehmen tätig waren. Skipkitties haben wir häufig noch. Dazu später noch mal mehr. Cyberkriminelle, Cyberaktivisten, die zum Beispiel aus religiösen Gründen Cyberangriffe durchführen. Cyberkriminelle sind eher auf Untergrund froh, wie zum Beispiel im Darknet unterwegs, dass sie zum Beispiel ihr System angreifen und dann die Daten, die sie zum Beispiel abgefischt haben, dann zur Verfügung stellen im Darknet zum Download. Ich habe Ihnen hier drei Fallbeispiele mitgebracht von kritischen Infrastrukturen. Das ist einmal ein Cyberangriff, der fand im Dezember 2021 statt. Und zwar wurden da die Stadtwerke in Pirna angegriffen. Es kam zu einer Vollverschlüsselung der Stadtwerke. Man wusste damals noch nicht, welche Daten abgeflossen sind und was für Daten abgeflossen sind. Aber auf jeden Fall war ein Zugriff auf die Systeme weitreichend nicht mehr möglich. Das Versorgungsnetz allerdings wurde zum Glück nicht beeinflusst, sodass man weiterarbeiten könnte. Aber man kann sich das Szenario vorstellen, was wäre, wenn jetzt dieses ganze Versorgungssystem zusammenbricht. Das heißt, es gibt kein Wasser mehr. Die Hacker hacken sich irgendwo ein und verschlüsseln weitere weitere Systeme, dass man quasi gar nicht mehr handlungsfähig ist. Dann gab es einen sehr brisanten Fall. Der ging auch sehr durch die Medien. Das war ein Angriff auf eine Klinik in Düsseldorf. Da war es damals so, dass die Klinik auch vollverschlüsselt worden ist und die Notarztwagen sich von der Leitstelle abmelden mussten. Das heißt, die Klinik konnte nie mehr angefahren werden. Es mussten Umwege gefahren werden und in Folge dessen ist dann auch eine Patientin im Krankenwagen verstorben. Also so weit kann das Ganze gehen. Und dann hatten wir in Sachsen noch zwei brisante Falle, die auch ein bisschen durch die Medien gingen. Das waren Anfang diesen Jahres und Ende letzten Jahres. Da wurden die Hochschule Zwickau und ein paar Wochen später die Hochschule in Freiberg verschlüsselt. Und auch dort war kein Handeln mehr möglich, kein Arbeiten mehr möglich. Es wurden dann die Studiengänge, die mussten ein bisschen später anfangen. Es wurde ein bisschen Online-Lehre gemacht. Also es war schon so, dass der Hochschulbetrieb etwas oder ziemlich eingeschränkt worden ist. Wenn wir uns dazu unsere polizeiliche Kriminalstatistik angucken, da sind quasi alle Fälle aufgenommen, die polizeilich bearbeitet wurden, haben wir eine Fallzahl in 2022 allein in Sachsen von 16.571 Fällen im Bereich Cybergram im engeren und im weiteren Sinne. Das ist jetzt, wenn man das so sehen will, die Spitze des Eisbergs. Das wird bei uns als sogenanntes Hellfeld eingestuft. Und was wir aber nicht wissen, das ist das sogenannte Dunkelfeld. Und wir gehen davon aus, dass ungefähr jede zehnte Straftat nur angezeigt wird. Also dass der der Größteil an Straftaten wirklich noch zehnmal höher ist. Und das sind unsere Dunkelfeld Fälle, also ungefähr 170.000 Fälle im Jahr an Cybercrime. Die häufigsten Schäden, das ist hier eine Statistik von unserem Partner der Bitkom. Die häufigsten Angriffe sind die Infizierung mit Schadsoftware und Mailware. Und das ist auch das, was jetzt auch immer durch die Medien geht, dass jemand oder ein Unternehmen voll verschüttelt worden ist, dass eine Mailware installiert worden ist, worauf dann wieder zum Beispiel DDoS-Attacken aufbauen können. Dann, was jetzt ganz groß auch ein bisschen im Kommen ist, das habe ich Ihnen dann auch nochmal später in der Folie erklärt. Das ist der sogenannte CEO-Fraud. Das wurde zum Beispiel 2021 noch gar nicht erhoben. 2022 ist es jetzt hier mit in der Statistik drin. Und ich denke, von 2023 werden die Zahlen nochmal deutlich höher werden. Also das ist wirklich etwas, was uns gerade sehr beschäftigt. Ich habe Ihnen hier unsere Top-Phänomene mitgebracht. Die möchte ich Ihnen jetzt mal im Groben erläutern, was das alles ist. Und dann habe ich zu jedem der Phänomene auch noch ein Beispiel mitgebracht, was uns jetzt aktuell beschäftigt hat. Einfach, damit es für Sie ein bisschen plastischer ist. Ransomware wird wahrscheinlich jeder von Ihnen kennen oder schon mal von gehört haben. Das ist prinzipiell eine Erpressung von Lösegeld, indem man vorher eine Schadsoftware zum Beispiel auf einem Rechner installiert hat und man und die Täter jetzt quasi Geld fordern, um zum Beispiel einen Rechner wieder oder ein System entschlüsseln zu können. Es gibt vielfältige Angriffswege, wie das passieren kann. Zum Beispiel über E-Mails, die Sie bekommen und da ein Anhang drin ist, wo eine Mailware drin versteckt ist. Dazu komme ich dann auch noch. Oder ein Drive-By-Download. Das sind sogenannte Downloads, die passieren, wenn Sie einfach auf einer Internetseite surfen, da nicht einen ausreichenden Virenschutz haben und sich im Hintergrund irgendwas runterlädt, was dann sich auf Ihren Rechner installiert und der Rechner dadurch infiziert wird. Dann gibt es noch sogenannte Surfer-Schwachstellen. Die werden von den sogenannten Hackern ausspioniert im Vorfeld und da die Surfer direkt angegriffen. Oder was auch hier im Rahmen von Homeoffice passiert, sogenannte Fernwartungszugänge. Das funktioniert ja auch prinzipiell genauso, wie man sich jetzt mit einem Surfer zu Hause, also von zu Hause zur Arbeitsstelle verbindet, ist ja auch prinzipiell ein Fernwartungszugang indirekt. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe Ihnen das mal hier in der Grafe mitgebracht. Die Hacker sind, die schauen ihr System an, gucken, wie sie da am besten reinkommen und scannen das jetzt zum Beispiel und finden da eine sogenannte Sicherheitslücke. Und diese Sicherheitslücke schauen sich an und gucken, okay, was kann ich denn da jetzt machen, um da in das System reinzukommen. Schreiben da bestimmte Skripte, die sie dann im Hintergrund zum Beispiel installieren auf dem Server, wenn diese Lücke existiert. Und das kommt zu so einer genannten Attacke von einem Tiersystem beispielsweise. Und erst dann bekommen sie irgendetwas davon mit. Das heißt, die Hacker waren schon im Vorfeld schon ganz, ganz lange in ihrem System drin. Und deswegen erinnern das auch Zero Day, weil sie vorher nichts davon wussten. Tag Null sozusagen. Und erst dann weiß zum Beispiel auch ein Softwarehersteller, wo seine Schwachstelle ist, wo seine Lücke ist. Und deshalb gibt es dann, nennt man das Ganze so, sogenannte Zero-D-Exploits, weil das halt ein Angriff an einem sogenannten Zero-D stattfindet, den man vorher nicht festlegen kann oder von dem man vorher halt nichts weiß. Ich habe Ihnen hier mal so eine Ransomware-E-Mail mitgebracht. Ich mache mal hier den Laserpointer an. Sie sehen hier, das war eine Bewerbung auf einer ausgeschriebenen Stelle von einem blausiebenen Namen. Bewerbungsschreiben war auch ordentlich geschrieben. Manchmal hat man ja bei so Fishing-Mails, sieht man gleich am Anfang, ja, da passt die Rechtschreibung nie oder da passt die Grammatik nie. Von daher kann das nur eine Fishing-Mail sein, aber zwar in dem Fall zum Beispiel nicht so. Hier unten war ein Foto angehangen und hier war noch eine ZIP-Datei angehangen und in dieser ZIP-Datei hat sich dann dieser sogenannte Virus versteckt. Also wenn man das angeklickt hat, hat sich im Hintergrund was installiert, zum Beispiel beim Öffnen dieser PDF, die da im Hintergrund war oder der ZIP-Datei. Und das Unternehmen hat davon erst viel, viel später was mitbekommen. Wenn sie vollverschlüsselt wären, habe ich ihnen mal hier zum Beispiel mitgebracht. So sehen dann alle ihre infizierten Rechner aus. Also da kann man nichts mehr tun. Das sind dann die Screens, die Sie sehen. Das ist hier von der Deadbolt-Gruppe. Die schreiben dann hier prinzipiell, was passiert ist und was man tun kann. Und hier in dem Fall war es so, dass man hier eine Bezahlung leisten konnte in Höhe von 0,03 Bitcoin. Das ist noch recht wenig. Ich habe es heute mal umgerechnet. Das sind ungefähr 990 Euro. Und dann sagen sie, dass sie halt quasi einen Schlüssel wiederbekommen, um ihre verschlüsselten Daten wiederherzustellen. Ein anderes Beispiel der Gruppe ist das da. Hier wollten sie schon ein bisschen mehr. Da konnte man in Bitcoin-Bezahlung leisten in Höhe von 5 Bitcoin. Das sind so heutzutage ungefähr 165.000 Euro. Und da haben sie einen nur mitgeteilt, wie sie in ihren Surfer reingekommen sind. Also sogenannte Zero-Day vulnerability und wie man das patchen kann. Also wie sie quasi dann diese Sicherheitslücke schließen können. Und dafür wollten sie 5 Bitcoin. Und wenn sie aber den Entschlüsselungsschlüssel ihnen quasi mitteilen sollten, dann hätten sie 50 Bitcoin bezahlen können. Und wenn man das jetzt hochrechnet, sind das ungefähr 1,5 Millionen Euro. Jetzt sagt man immer, bezahlen oder nicht bezahlen. Was rät die Polizei? Wir sagen, oder wir raten ihr dazu, nicht zu bezahlen. Letzten Endes ist das aber dann Unternehmenssache. Mit dem Hintergrund, dass wir ja auch das System, was dahinter steht, unterwandern wollen. Das heißt, wenn sie jetzt bezahlen, kommen die Täter immer wieder mit dieser Masche, muss man sagen, durch. Und dann müssen sie auch bedenken, dass wenn sie bezahlen, haben sie ja auch den Schlüssel vielleicht. Aber das muss ja noch lange nie heißen, dass sie die ganzen Dateien schon entschlüsselt haben. Das heißt, es kommt dann noch ein ganz langer Rattenschwanz, der natürlich nochmal Kosten verursacht. Deshalb sagen wir immer, lieber vorher investieren in gute Backups, in ein gutes IT-Sicherheitsunternehmen, was einen dahingehend unterstützen kann. Es gibt eine Initiative, die ist von ganz vielen Polizeien, Europas, unter anderem auch Virenherstellern, ins Leben gerufen worden. Die nennt sich nomowransom.org. Das möchte ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen. Da habe ich die Webseite mitgebracht. Moment. So. So sieht die ganze Seite aus. Was kann man hier machen? Es gibt hier sogenannte Entschlüsselungswerkzeuge. Da kann man hier zum Beispiel suchen, wenn man weiß, wie die Ransomware hieß. Zum Beispiel draufklicken, mit der man verschlüsselt wurde. Und kann sich hier einen sogenannten Entschlüsselungstool runterladen. Früher war das noch so, dass die Täter sich nicht groß die Mühe gemacht haben und individuelle Verschlüsselungen quasi hatten, sondern sie haben sogenannte Toolkits verwendet. Und da kann man hier, wenn man zum Beispiel noch eine alte Verschlüsselung hat, kann man hier gucken, okay, kann ich hier was runterladen, womit ich dann vielleicht meine Daten, die ich irgendwo noch habe, wieder entschlüsseln kann. Oder wenn man gar nicht weiß, was er verschlüsselt hat, gibt es hier den sogenannten Krypto Sheriff. Und hier kann man zum Beispiel eine verschlüsselte Datei hochladen. Und dann guckt der Krypto Sheriff, um was es sich für eine Ransomware handelt. Also von daher, falls Ihnen so etwas mal passiert oder passiert ist, kann ich Ihnen immer raten, noch mal auf diese Seite zu gucken. Ein nächstes Problem, was wir bei Verschlüsselung haben, dass es natürlich auch passieren kann, dass im Hintergrund sogenannte Daten abgeflossen sind. Also irgendwelche Leaks von beispielsweise Kundendaten, die jetzt im Darknet teuer verkauft werden, beispielsweise. Und deshalb sagen wir auch immer lieber vorher, sich um eine gute IT-Sicherheit kümmern, als dann im Nachgang dieses Problem zu haben. Ein weiterer Punkt, mit dem wir viel zu tun haben, das sind sogenannte DDoS-Angriffe. DDoS-Angriffe funktionieren ungefähr ähnlich. Also es werden mehrere Rechner ohne ihres Wissens irgendwie infiziert durch eine Malware. Das müssen Sie gar nicht unbedingt mitbekommen. Und dann übernehmen die Täter quasi die Funktion der Rechner, zum Beispiel eine Rechenpower und greifen dann mit Hilfe von ihrer Rechenpower und ganz, ganz vielen anderen Rechnern eine bestimmte Seite an. Wenn man mit ganz vielen Rechnern zum Beispiel immer wieder auf eine Website geht und dort anfragt, kann es passieren, dass die Website nicht mehr erreichbar ist. Das sind dann sogenannte DDoS-Attacken. Um Ihnen das auch nochmal zu zeigen, alleine, welche DDoS-Attacken gerade stattfinden oder Seiten um die Uhr stattfinden, gibt es hier eine Website von Kaspersky. Kann man hier auf die Weltkugel klicken und da sehen Sie die aktuellen Attacken. Die sind ja nochmal von Kaspersky unterschieden in den unterschiedlichen Farben. Die sind die aktuellen Attacken, die gerade stattfinden auf der ganzen Welt seit 0 Uhr heute. Also da ist schon eine Menge los. Lust, dass Sie das mal gesehen haben. Das gleiche gibt es nochmal jetzt nur für Deutschland. Dann haben wir hier. Das sind Cyber-Attacken, die jetzt seit 2013 stattgefunden haben. Und die werden dann hier chronologisch enteinander aufgelistet. Man kann das dann hier noch einstellen, bloß dass Sie mal sehen, wie viele Cyber-Attacken da eigentlich stattfinden. So, zurück zur Präsentation. Hier habe ich Ihnen mal eine E-Mail mitgebracht von diesem sogenannten DDoS-Schreiben. Das ist von dieser, von der Gruppierung Fancy Bear. Die haben wir hier. Mal den Leser-Pointer wieder anmachen. Hier, so heißen die. Und die schreiben ja sinngemäß, also die haben ihre IP-Adresse rausbekommen und schreiben mehr sinngemäß. Wenn Sie innerhalb von sieben Tagen nicht jeweils 15 Bitcoin bezahlen, greifen wir Ihre IP-Adresse an und dann sind die nicht mehr erreichbar oder Ihre Website nicht mehr erreichbar. Man sollte also 15 Bitcoin überweisen und um das quasi zu beweisen, dass Sie das wirklich können, haben Sie gesagt, dass Sie jetzt 30 Minuten lang bald den Surfer von Ihnen quasi kabern und dass er quasi nicht mehr erreichbar sein wird und angreifen werden. Es gibt halt quasi bei der Ignorierung der Forderung kurze Demonstrationsangriffe. Jetzt ist es so, dass man sich dadurch durch, man gibt sogenannte DDoS-Blocker, wo man sich, wo man die Website mit schützen kann. Aber was auch im Hinblick dessen wichtig ist, wir haben bei der Polizei sogenanntes Grundnetzwerk der zentralen Einspeltes Cybercrime und da ist eine riesengroße Tabelle hinterlegt von genau diesen Gruppierungen und da ist auch hinterlegt, welche Gruppierungen denn ihre Drohungen wahr machen und welche quasi nur sogenannte Drittbrettfahrer sind. Das heißt, wenn Sie mal so eine Mail bekommen sollten, rufen Sie uns gerne an. Wir schauen in die Tabelle rein und sagen, wie Sie sich weiter verhalten können. Also ob es was Reales sein könnte oder ob dann eher nicht mit dem Angriff zu rechnen ist. Kommen wir zum klassischen Phishing, das wir weder von Ihnen kennen. Es geht prinzipiell ja nur darum, um durch irgendwelche Fake-Seiten oder Fake-Login-Adressen Zugänge zu Ihrem Firmennetzwerk zu bekommen oder Banking-Daten zu bekommen. Da gibt es ja vielerlei Szenarien, wo man so eine Seite findet. Hier, das war ein Beispiel, da wurde das SAB-Förderportal gefälscht und wollte quasi die Daten der Kunden abfischen. Die haben dann eine Mehrung geschrieben, dass man sich auf ein Förderportal einloggen sollte und den Link quasi, die Website nachgebaut und den Link von der Website mitgeschickt und dann sollten sich die Leute dort einloggen. Das hatten wir ganz groß bei Corona-Zeiten hier von einer gefälschten Mail der Arbeitsagentur. Und zwar ging es da um das ganze sogenannte Kurzarbeitergeld. Und da hatten die Täter sinngemäß geschrieben, wie sie in den Medien gehört haben, kann man jetzt Kurzarbeitergeld für die Unternehmen beantragen und das machen wir aber für sie. Und bitte geben Sie uns dazu die Namen des Anschrifts des Unternehmens, die Steuer-ID, die Betriebsnummer, die Anzahl der Mitarbeiter und alles, was man quasi braucht, um das Kurzarbeitergeld zu beantragen. Das haben dann die Opfer dann dahin geschickt und im Hintergrund haben die Täter die Daten genommen, haben Kurzarbeitergeld beantragt, allerdings nicht für das Unternehmen, sondern für sich. Und die Unternehmen haben sich gewundert, wo bleibt denn unser Kurzarbeitergeld? Dabei wird es auch nie mehr dort ankommen, sondern ist alles bei den Tätern gelandet. Und natürlich kriegt man das dann auch erst mal ein bisschen zu spät mit. Dann haben wir diese sogenannten Business E-Mail Compromise Fälle. Und das ist das, was ich vor uns meinte, die jetzt immer häufiger stattfinden. Und zwar funktioniert das so, dass die Täter im Vorfeld E-Mail Kommunikation zwischen zum Beispiel Geschäftspartnern oder anderen Firmen, in welcher Form auch immer, mitlesen können. Die hacken sich quasi in ihr E-Mail-Programm ein und auf dem Server und lesen da schon im Vorfeld E-Mails mit. Die kopieren dann auch die Signaturen, übernehmen dann auch teilweise die Schreibweise, wie sie quasi mit ihren Geschäftspartnern kommunizieren und bauen sich da eine E-Mail zusammen, die auch in ihr Unternehmen passen würde. Da habe ich Ihnen mal einen Fall mitgebracht. Und zwar war hier eine Geschäftsführerin von einem Unternehmen. Gut, bei der E-Mail-Adresse könnte man jetzt schon überlegen, ist vielleicht jetzt nie ganz vertrauenswürdig, hat aber die Buchhalterin nicht gemacht. Und die Geschäftsführerin, da war ja unten dann noch eine Signatur dran, von der Geschäftsleitung, hat dann geschrieben, sinngemäß, wir müssen eine Zahlung von 47.000 Euro ungefähr leisten, können wir das heute so schnell wie möglich noch tun. Und das hat sie ihrer Buchhalterin geschrieben. Die Buchhalterin hat dann geantwortet, na klar, das können wir sofort tun. An wen soll denn die Überweisung gehen? Da hat die Geschäftsleitung oder die vermeintliche Geschäftsleitung geschrieben, es handelt sich ja, also die Bankdaten mitgeschickt, welche IBAN, welche BIC, was der Kontoname ist und was es denn geht und dass man bitte den Überweisungsbeleg mitschicken soll oder zurückschicken soll an die Geschäftsführung. Und die gute Dame von der Buchhaltung hat das dann gemacht. Und erst als viel, viel später kam dann raus, oder was ist viel, viel später im Laufe der kommenden paar Tage, dass es sich gar nicht um die Geschäftsführung handelt, die die Zahlung angewiesen hat, sondern dass es wirklich Täter waren, die im Hintergrund mitgelesen haben und sich einfach als Geschäftsführerin ausgegeben haben. Deshalb raten wir dahingehend, falls Ihnen mal sowas passiert oder Sie eine E-Mail bekommen, wenn Sie irgendwelche Zahlungen an jemanden überweisen sollen, bitte halten Sie möglicherweise oder möglichst telefonisch mit dem, mit der Person Rücksprache. Da haben Sie dann immer noch die Sicherheit, ob es wirklich um eine reale Zahlung geht oder eben nicht. Das ist unser Hinweis dazu. Auch eine große Bedrohungslage, die wir haben, das sind die sogenannten Cybercrime-as-a-Service-Dienste. Das ist mittlerweile so, und das kennen Sie ja sicherlich, dass sich im Darknet viele illegale Marktplätze etabliert haben. Die reichen dahin, dass man Waffen verkauft, Drogen verkauft, aber mittlerweile ist es auch möglich, dass man dort Hacking-Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Das heißt, man muss gar nicht mehr so viel IT-Background mitbekommen oder haben, sondern sich einfach ein bisschen informieren, wie komme ich denn ins Darknet rein und was gibt es denn da für Handelsplätze und wer kann mir denn eventuell dabei helfen, ein Unternehmen beispielsweise anzugreifen. Dazu auch ein Beispiel, das ist jetzt erstmal sehr unverständlich, aber stellen Sie sich vor, hier ist der Auftraggeber und der hat jetzt nicht so den IT-Background, will aber im Unternehmen schaden und dazu noch ein bisschen Geld verdienen und irgendwelche Daten im Internet veröffentlicht oder das Opfer erpresst beispielsweise. Jetzt sucht er sich einen sogenannten Koordinator, der sich ein bisschen über so Untergrundplattformen auskennt und in diesen ganzen Plattformen gibt es natürlich einen Betreiber und viele kleine Händler, die verkaufen nicht Drogen, sondern in dem Fall Mehrwert oder Toolkits oder Anleitungen, wie man in ein Unternehmen einkommt oder sogenannte Exploits. Und dann verkauft das der Koordinator, der Koordinator hat auch ein Botnetz unter sich, das hatte ich vorher schon erwähnt, er hat mehrere infizierte Rechner, die er quasi beauftragen kann, das Opfer anzugreifen oder der hat einen sogenannten Spammer, der halt mit Hilfe von ganz vielen E-Mails auch das Opfer angreifen kann. Der kriegt ein bisschen Geld vom Angreifer, da gibt es ein Gewinn, eine Provision, also das müssen Sie sich vorstellen wie ein ganz normales Einkaufen. Es kommt dann auch zum Bezahldienstleister, hier wird dann noch eine Mail geschrieben mit einer Erpressungsmail, dass man das so und so viel Geld bezahlen muss, meistens machen das die Opfer, wie gesagt, wir raten immer dazu, das nicht zu tun. Der Angreifer bekommt dann möglicherweise noch irgendwelche Daten und veröffentlicht die auf irgendeiner Plattform oder will sie halt verkaufen auf irgendeiner Plattform. So ungefähr müssen Sie sich das vorstellen. Und so sieht zum Beispiel so ein Schreiben aus, das ist ein ganz normales Bewerbungsschreiben, wie man jetzt zum Beispiel bei so einer Gruppe, die so Spammer sind oder Mehrwertverkäufer, wie man da anheuern kann, das ist ein Bewerbungsschreiben, das funktioniert auch alles nur online. Wie eigentlich im normalen Leben, in Anführungsstrichen. Und die schreiben dann hier, du kriegst zweimal im Monat unser Gehalt, du hast 14 Tage Arbeit, du kriegst ein 13. Monatsgehalt. Also es ist schon wirklich sehr lukrativ, für so eine Gruppe zu arbeiten. Wir hatten, es ist auch ein Beispiel von so einem Cybercrime-as-a-Service-Dienst, wir hatten ein Verkehrsunternehmen und das wurde mit DDoS-Attacken überflutet. Die Website war halt so hingehen nicht mehr erreichbar und es konnten quasi keine Tickets mehr gebucht werden. Es konnten keine Fahrpläne mehr angeschaut werden, also es war ein großes Chaos und es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Parallel dazu meldete sich eine Person bei der Polizei und die sagte, ich saß heute früh mit meinem Praktikanten im Frühstücksraum und da hat er sein Handy rausgeholt und er hat gesagt, ach, diesem Unternehmen hier, guck mal, also für das er auch gearbeitet hat, die will ich jetzt auswischen, guck mal, und wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke, dann passiert genau das, dass die Website nicht mehr erreichbar ist. Und das hat er diesem, ich glaube, ein Ausbilder war das, erzählt und dieser Ausbilder hat sich dann bei uns gemeldet. Moment, das war die Mail dazu und hat gesagt, hier, das ist der Praktikumsvertrag von dem Auszubildenden. Hat dann gesagt, wann er wieder in der Firma sein wird. Hat dann nochmal das Modus operandi erklärt, dass er mit seinem persönlichen Handy auf Knopfdruck quasi die Webseite lahmgelegt hat. Und der Hintergrund war, dass er wegen Schwarzfahren erwischt worden ist und deshalb dem Unternehmen eins auswischen wollte. Es kam dann dazu, dass durch die Polizei eine Hausdurchsuchung beim Verdächtigen gemacht wurde. Es wurden mehrere Asservate sichergestellt, unter anderem auch ein Chatverlauf mit einer Hackergruppierung. Es gab Hinweise auf die Webseite Vortex API und diverse Logdateien. Das haben dann unsere Forensiker quasi sich angeschaut und die Ermittler und konnten das dann quasi schon mal feststellen. Und jetzt habe ich Ihnen so einen Screenshot von dieser ganzen, von dieser Vortex API mitgebracht. Das ist ein bisschen verpixelt, aber grundlegend kann man das auch daran ganz gut erklären. So sieht diese Vortex API aus. Das heißt, man lockt sich dort ein, hinterlegt minimales Geld, zum Beispiel in Form von Bitcoin oder Ethercoin oder irgendeine andere Kryptowährung und kann sich dann sogenannte Angriffe kaufen. Das heißt, man gibt dann hier die Zieldomain ein, wen möchte man angreifen. Dann gibt man hier die Anzahl der Angriffe ein, also wie oft zum Beispiel ein Botnetz auf eine Website zugreifen soll und geht dann einfach nur hier auf Attacke starten und dann ist die Website für einen bestimmten Zeitpunkt quasi nicht mehr erreichbar. Um Ihnen mal die Preise zu zeigen, das habe ich hier mitgebracht. Es ist jetzt gar nicht so teuer, hier sehen Sie zum Beispiel die User, die auf dieser Vortex API online waren in dem Fall. Die Seite gibt es nicht mehr, die wurde damals von der Polizei auch gesperrt. Aber hier sehen Sie, dass das Pricing relativ gering ist. Das heißt, also ein Angriff mit 60 Angreifern, also 60 mal quasi dieser Zugriff auf diese Website, was ja für eine Website schon mal erheblich sein kann, je nachdem, wie sie geschützt ist, kostet nur 7, oder kostet sie nur 7,50 Dollar. Das geht dann hoch bis 190 Dollar, wo sie dann auch vollzugreifen hatten. Und hier hatten wir es, also in dem Fall 95 Dollar für 1600 Angriffe. Also es kann sein, dass Ihre Website da schon mal ein paar Stunden, je nachdem, ob sie geschützt ist und nicht, lahmgelegt wird. Und wie gesagt, dazu muss man nicht großes IT-Hintergrundwissen haben. Einfach sich auf so eine Darknet-Seite bewegen und dann findet man schon die richtigen Ansprechpartner. Gehen wir hier von den, auch wieder so eine Statistik von unseren Bitcoin, Bitcoin-Partnern. Hier haben wir einen Überblick, welche Attacken oder wer der Täterkreis sind, ist in den letzten zwölf Monaten von 2022, 2021 und 2019. Wir sehen, dass teilweise Sachen zurückgehen, aber verstärkt organisierte Kriminalität und Banden sich bilden. Also das ist ja auch genau das, was ich erzählte, dass die Seiten im Darknet immer professioneller werden und dass es immer mehr Leute dazukommen, die es diesem lukrativen Geschäft, möchte man schon sagen, quasi widmen. Genau, bei der Folie wäre ich immer oft gefragt, was denn unabsichtlich handelnde ehemalige Beschäftigte sind. Das ist immer sehr, sehr ungreifbar. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben einen Mitarbeiter, der seinen Rechner nie sperrt, quasi offen lässt, wenn er zum Beispiel einen Kaffee holen geht oder zum Mittagessen geht und da kommt ein anderer an den Rechner und zieht irgendwelche Daten ab oder verschickt E-Mails und damit ist ihr Beschäftigter, der gerade einen Kaffee holen ist, ein sogenannter unabsichthandlicher Täter oder er löscht zum Beispiel Daten. Wir hatten so einen Fall mal bei der Staatsanwaltschaft. Da gab es einen Mitarbeiter, der hat für die Staatsanwaltschaft gearbeitet, das war auch ein Teeler und der hat im Verfahren gearbeitet und dann hat er aber Gründen, die ich nicht mehr weiß, hat er das Unternehmen oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaft verlassen und hat aber einen Rechner von denen zur Verfügung gestellt bekommen und hatte aber gesagt, na bevor ich den Rechner zurückgebe, mache ich den platt, also ich lösche alle Daten. Das Problem daran war, dass das alles noch Verfahrensdaten waren, die teilweise noch nicht bearbeitet worden sind. Und das dann von Amts wegen sein ehemaliger Chef gegen ihn Verfahren einleiten musste. Also auch das kann passieren. Deshalb auch wenn Sie ein Unternehmen verlassen, immer wieder daran denken, vielleicht nicht unbedingt die Daten zu löschen, weil da könnte es gegebenenfalls Probleme geben. Um jetzt dazu mal ein kurzes Fazit zu ziehen. Also wir haben eine sehr agile Phänomenlage mit ständig anpassenden Vorgangsweisen. Es werden immer mehr Angriffe, die stattfinden. Das Dunkelfeld ist ja sehr, sehr hoch. Cybercrime kann eigentlich jeder bedienen, der sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte. Und Verschlüsselung ist immer noch unser größtes Problem, was gerade so existiert und uns beschäftigt. Wir fragen viele immer, wie kann ich mich denn dagegen schützen? Wir sagen, wichtig ist ein Bewusstsein gegenüber Cybercrime erstmal zu schaffen. Das heißt, was gibt es denn generell so für Sicherheitsvorfälle? Und wenn es zu einem Vorfall kommt, was muss ich denn tun? Sie müssen halt immer auch überlegen, die Kosten für so Schutzmaßnahmen sind viel, viel geringer als die Kosten eines Cyberangriffs. Sie haben es ja vorhin gesehen, wenn Sie 50.000, 50.000, ne, 50, doch 50.000 waren es Bitcoins bezahlen müssen. Sind da locker mal 1,7 Millionen fällig und das überschreitet jegliche Kosten hinsichtlich Schutzmaßnahmen. Wie kann man sich denn jetzt vorbereiten? Also, wie ich schon sagte, das Verantwortungsbewusstsein ins Unternehmen rufen. Anleitungen schaffen, was man jetzt tut im Fall von einem Angriff. Da ist zum Beispiel immer ganz wichtig, welche Meldewege müssen eingehalten werden. Also, wer muss als erstes informiert werden? Bestehen irgendwelche Benachrichtigungspflichten? Das ist zum Beispiel im Bereich Kritis ganz wichtig. Weil wenn Sie die nicht einhalten, dann kann es passieren, dass da auch höhere Strafen auf Sie zukommen. Dann, wie wollen Sie denn Ihre Pressearbeit und die generelle die Kommunikation mit den Mitarbeitern machen? Wir sagen immer so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Möglichst im Vorfeld absprechen dann auch ganz wichtig, welche Räumlichkeiten wollen Sie denn im Fall eines Cyberangriffs quasi in Anspruch nehmen und welche Kommunikationswege? Wir sagen ja dann auch immer, möglichst nicht mit den infizierten Systemen weiter kommunizieren. Das heißt auch keine E-Mails weiterschreiben. Dann möglichst auch die Telefonanlage nicht wieder benutzen, sondern mit dem Handy machen oder alles mit externen Geräten machen, die halt möglichst von dieser IT-Infrastruktur abgekoppelt sind. Und dann muss ich auch ein Bild darüber, ab wann sich Strafverfolgungsbehörden einbinden wollen. Und ganz wichtig, denken Sie an die Verpflegung. Da wurden wir jetzt auch mal darauf hingewiesen, das heißt im Falle eines Falles ein Schrank, wo vielleicht ein bisschen Wasser dran ist, wo ein paar Snacks dran drin sind. Weil so ein Vorfall wird möglicherweise nicht mittags passieren, wo Sie mal schnell rüber in die Kantine gehen können, sondern in der Regel Freitagnachmittag, wo alle nach Hause wollen oder Samstag, Sonntag. Und dass Sie schon mal was haben, damit Ihre Mitarbeiter oder die Leute, die sich dann beim Cyber-Kreim-Vorfall unterstützen wollen, keine schlechte Laune bekommen. Wer kann Sie dabei unterstützen? Es gibt das sogenannte Cybersicherheitsnetzwerk Sachsen. Das wurde jetzt neu etabliert. Und die Website, die zeige ich Ihnen gleich, quasi neu aufgesetzt. Und da will man gerade oder ist gerade dabei, eine sogenannte digitale Rettungskette ins Leben zu rufen. Das heißt, es gibt da, die sind mehrere Stufen untergliedert. Es gibt dort, wenn Sie auf Stufe 1 klicken, eine Checkliste für Sofortmaßnahmen. Das heißt, was muss man alles für Punkte abarbeiten? Was ist passiert? Wer hat einen Vorfall bemerkt? Wer muss alles benachrichtigt werden? Uns werden aber auch technische Aspekte erläutert, was man jetzt mit dem betreffenden System tun soll oder was jetzt wichtig ist für das Netzwerk-Monitoring. In Stufe 2 können Sie auch draufklicken. Wie gesagt, ich zeige Ihnen gleich. Das ist besonders für Personen ohne technisches Wissen. Da ist eine Telefonnummer hinterlegt, eine sogenannte Hotline, die direkt zum BSI führt. Und dort werden Sie dann kostenfrei beraten, im Hinblick auf welchen Fall Sie jetzt haben, was Sie als nächstes tun sollen. Die werden dann weitergeleitet zu den digitalen Ersthelfer. Das ist besonders für kleine IT-Störungen wichtig. Die helfen Ihnen dann, das Problem zu beheben. Dann gibt es sogenannte Vorfallpraktiker, die Sie dann telefonisch erreichen. Das sind IT-Fachleute, besonders für kleine und mittelständische Unternehmen, die dann telefonisch Hilfe leisten oder sogenannte bei einem schweren Cybercrime-Vorfall sogenannte Vorfallexperten. Das sind wirklich IT-Fachleute, die Sie dann, die den Vorfall tiefer analysieren und entsprechende Hilfestellung geben. Die kommen dann auch vor Ort zu Ihnen ins Unternehmen. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz die Webseite, wie die ausschaut. Das ist die Seite vom Cyber-Sicherheitsnetzwerk Sachsen. Hier finden Sie auch noch mal weitere Informationen, was über die ersten Maßnahmen, ob Sie Meldepflichten haben, einen IT-Vorfall, da sind auch Checklisten hinterlegt, die auch teilweise zum BSI rüberführen, hier Termine, Veranstaltungen, an denen die stattgefunden haben oder an denen Sie teilnehmen können und sich informieren können oder hier die sogenannte Rettungskette, wie gesagt, die ist gerade im Aufbau, die hier noch mal die einzelnen Stufen erklärt sind. Hier noch mal die Checkliste hinterlegt ist für die Sofortmaßnahmen und auch hier die Notfallkontakte dann hinterlegt sind. Momentan ist die Servicezeit halt nur von 8 bis 18 Uhr, aber man überlegt das noch weiter aufzubauen und hier erhalten Sie dann auch eine Empfehlung, wie Sie im Fall von einem Cybercrime-Vorfall weiter agieren müssen. Das zum Cyber-Sicherheits-Netzwerk. Selbiges erhalten Sie auch vom BSI. Wie gesagt, die Links vom Cyber-Sicherheits-Netzwerk führen dann auch meistens weiter zum BSI, aber die haben auch eigene Sachen hinterlegt. Es gibt dann eine sogenannte, diese Notfallkarte, die kann man sich wie so eine Brand-Meldekarte ausdrucken und dann auch hier festlegen, okay, was habe ich denn für eine IT-Notfallnummer und dann die wichtigsten Fragen, die quasi beantwortet müssen, haben Sie dann gleich nochmal hier vermerkt. Das ist wie früher, wer das kennt, wer, was ist passiert, wer meldet, wie man es halt vom Notruf halt her kennt. Und dann ist dort zum Beispiel auch nochmal hinterlegt, dieser Einstieg, also dieser Maßnahmekatalog für das Notfallmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, wie können Sie sich da auch vorbereiten, da ist eine Checkliste hinterlegt, welche Punkte noch zu beachten sind, wie man so eine Cyber-Lage bewältigen kann und wie man dieses Ganze aufarbeitet. Also es hat das Cyber-Sicherheitsnetzwerk sehr schön aufbereitet. Da finden Sie eine super Hilfestellung auch im Vorfeld. Und jetzt kommen wir zur Polizei, weil viele fragen, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich? Die Polizei, das ist immer ein Unterschied zwischen Polizei und IT-Berater. Die Abgrenzung fängt ganz klar bei der Strafverfolgung an. Also die Polizei ist eigentlich nur dafür zuständig, polizeiliche Maßnahmen einzuleiten. Das heißt, eine Anzeige aufzunehmen, objektiven und subjektiven Tatbefund zu nehmen, zum Beispiel Beweismittel zu sichern. Das kann über Screenshots passieren, das kann über daktylokopische Spuren passieren. Das sind zum Beispiel Fingerabdrücke auf einer Tastatur oder eine Zeugungsvernehmung oder eine Beschuldigtenvernehmung. Das ist so die Aufgabe der Polizei. Und die IT-Berater sind eigentlich eher dazu oder können dafür zuständig sein, die Polizei bei der Strafverfolgung zu unterstützen. Die haben dann meistens auch das Know-how, Logfiles, die schon gesichert worden sind, von dem System bereitzustellen. Und quasi können jetzt nicht selbst eine Strafverfolgung leisten, sondern das nur an die Polizei weitergeben. Weitere Punkte sind, dass die Polizei dazu verpflichtet ist, Prävention zu halten. So wie ich jetzt Ihnen vor Ihnen stehe, zu informieren, was sind aktuelle Dunkelfelder oder dass es Dunkelfelder gibt, welche sind aktuelle Phänomene im Bereich Cybercrime. Und die IT-Berater haben die Aufgabe, sie halt vor diesen Phänomenen zu schützen. Also ihre IT-Sicherheit zu gewährleisten, das möglich, die Gefahren, vor denen wir waren, nicht zu Ihnen kommen, sozusagen. Und was die Polizei halt nicht macht, das ist ganz klar die Datensicherung von Systemen. Wir machen auch keine Wiederherstellung von Systemen oder sonstige IT-Dienstleisterleistungen. Das muss wirklich der IT-Dienstleister machen, der für sie zuständig ist. Aber er kann uns bei der Arbeit der Strafverfolgung zu unterstützen. Ich habe Ihnen hier nochmal unsere Struktur mitgebracht. Das ist die vom Cybercrime Competence Center, damit Sie nur mal einen Überblick haben, was das LKA so macht. Das ist hier die Struktur von unserem LKA und da ist das Cybercrime Competence Center angegliedert. Wir sind unterteilt in fünf Dezenate. Das ist einmal diese zentrale Ansprechstelle Cybercrime, wo ich herkomme. Dann unser Ermittlungsdezernat, wo ich herkam. Dann haben wir hier eine Aufbereitung von Massendaten. Das sind zum Beispiel Funkzellen oder Telekommunikationsdaten, die dort in Tabellen zusammengefasst werden und dann ermittelt und bereitgestellt werden. Dann die Telekommunikationsüberwachungsstelle und ein sogenanntes IT-Ermittlungsunterstützungsdezernat. Da sitzen dann die ganzen Shracks von uns, also die sogenannten Forensiker, die sich dann Quellcodes angucken und eine Mailwareanalyse durchfinden, um dann vielleicht über irgendwelche anderen Wege zum Täter zu kommen. Wir sind insgesamt 85 Leute. Davon haben wir zwei Drittel spezialisierte Kriminalbeamte, also Leute, die irgendeinen IT-Background jetzt an sich haben, aber trotzdem Polizisten sind. Und dann haben wir noch sogenannte technische Angestellte, die eine richtige fundierte IT-Ausbildung haben oder ein Studium in der Richtung. Das ist unsere Struktur. Wie gesagt, ich komme selbst von der zentralen Ansprechstelle Cybercrime. Wir sind viel auf Messen unterwegs, beraten, wie gesagt, zum Thema Cybercrime für Unternehmen. Wir nehmen Sicherheitsvorfälle auch auf und leiten Sofortmaßnahmen ein und haben eher eine beratende Funktion, um auch das Vertrauen zwischen Unternehmen und der Polizei zu stärken. Jetzt habe ich Ihnen hier nochmal eine Grafik gebracht, was Sie denn machen können im Fall eines Vorfalls. Sie haben zum Beispiel einen IT-Sicherheitsvorfall, haben im Vorfeld alles geplant, Ihre Inzidenz-Response steht, Sie wissen, wen Sie anrufen müssen, wer, wie, wann, wo. Und dann gibt es bei uns die sogenannte zentrale Ansprechstelle Cybercrime-Hotline. Das ist eine Telefonnummer, die eine 24-7-Rufbereitschaft hat und da geht immer einer von unseren Ermittlungsteams ran. Das heißt, wenn Sie einen Cybercrime-Vorfall haben, rufen Sie dort an und der jeweilige Ermittler wird dann mit Ihnen alles durchsprechen, eine Anzeigenaufnahme machen. Es wird erste Ermittlungsmaßnahmen geben. Wir haben zum Beispiel im Fall von so einem Betrug mit dem Geschäftspartner, was ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, wo Gelder fließen, haben wir die Möglichkeit, über Beziehungen zu Banken, das Geld in einem kurzen Zeitraum, das muss wirklich schnell gehen, zurückzuhalten. Das heißt, wir setzen uns dann mit der Bank in Verbindung und können Ihnen dabei helfen, zum Beispiel, dass Sie Ihr Geld wieder, wenn Sie so eine Überweisung getätigt haben, wieder zurückbekommen können. Funktioniert nicht immer, aber es ist eine Möglichkeit. Genau, dann setzen wir uns natürlich auch mit Ihren IT-Beratern zusammen und schauen, okay, welche Log-Files gibt es denn? Was kann er uns zur Verfügung stellen? Das funktioniert immer ein bisschen einfacher, als wenn man da mit einem, in Anführungsstrichen, normalen Mitarbeiter sich unterhält. Das machen dann unsere sogenannten Tracks, die sich dann den Quellcode angucken. Wir erstellen auch eine forensische Kopie der Daten und ermitteln. Das kann per Telefon passieren, aber teilweise kommen die Ermittlerteams auch zu Ihnen und das ist jetzt auch nicht, davor haben auch viele Unternehmen immer Angst, dass wir jetzt groß mit drei Sixpacks anreisen und alle sehen, dass die Polizei im Unternehmen ist, nee, wir machen das sehr bedeckt, kommen mit einem normalen zivilen Fahrzeug, in normalen zivilen Sachen und sind meistens zu zweit unterwegs. So zweit oder dritt, je nachdem, ob wir noch einen Forensiker mitnehmen. Also wir versuchen da schon, versuchen da schon eine vertrauensvolle Arbeit zu schaffen. Da kommt es natürlich jetzt auch immer zu Zielkonflikten zwischen Inzidenz-Response und der Polizeiarbeit und deshalb zeigen auch nur wenige Unternehmen diese Cyber-Sicherheitsvorfälle bei der Polizei an. Die sagen halt, der Aufwand ist zu groß für so eine Anzeigenerstattung, die Polizei findet ja sowieso keine Täter, wir wissen nicht, wen wir ansprechen sollen, wenn das durch die Medien geht, wissen wir nicht, wie unser Reputationsverlust ist oder die Polizei kommt und stört unser ganzes Produktivsystem, weil sie die Rechner mitnehmen. Also alles so Fragen, die sich Unternehmen immer stellen. Wir versuchen die immer ein bisschen aufzulösen, also es genügt wirklich nur ein Anruf bei unserer zentralen Ansprechstelle Cyber-Crime. Wie gesagt, da geht 24-7 immer jemand ran. Wir haben jetzt gar nicht, unsere Erfolgsaussichten, da habe ich Ihnen noch was mitgebracht, sind jetzt gar nicht so schlecht, sind aber immer sehr fallabhängig, weil wir auch natürlich länderübergreifend und auch europaweit arbeiten und dann viele jetzt auch in andere Länder oder andere Bundesländer abgeben, sodass der Ausgang des Verfahrens nach einer ungefähren Täterermittlung uns immer halt nicht ganz bekannt ist. Deshalb, also rufen Sie uns ruhig an. Wie gesagt, wir kommen jetzt nicht mit dem großen Sixpack an. Wir unterstützen Sie und versuchen auch den Reputationsverlust oder wenn es vorher ein Management gibt, nicht Verlust halt sehr gering zu halten. Wichtig immer einen Plan vorher ausstellen. Ich habe Ihnen dann hier nochmal die häufigsten Fragen. Hier hat das BKA mal von uns eruiert mitgebracht. Das ist ja das, was ich schon gesagt habe, dass man sagen kann, die Täterermittlungen, die funktionieren sowieso nicht. Wir finden keine Täter. Aber wie gesagt, wir können an die IT-Infrastruktur kommen und gegebenenfalls ihr Geld zurückholen und somit das System der Täter unterwandern. Dann gibt es immer noch den Mythos, dass wir die Hardware mitnehmen und das nicht zurückbringen. Das ist eigentlich selten der Fall, dass wir irgendwelche Rechnersysteme mitnehmen. Wenn, dann gehen wir in dem Unternehmen vorbei und nehmen mal eine forensische Kopie mit. Aber in der Regel lassen wir die Sachen stehen. Dann gibt es immer noch die Angst, dass irgendwas auf diesen forensischen Kopien gefunden wird, was vielleicht mit einer anderen Straftat zu tun hat. Solange es jetzt keine schweren Straftaten wie Mord und Togcak sind, gucken wir auch nicht nach links und rechts. Wir konzentrieren uns wirklich nur auf die Straftat an sich, die im Vordergrund steht. Das heißt, dieser Bereich Cybercrime. Und auch die Pressearbeit obliegt ganz allein den Unternehmen. Wir machen keine proaktiven Pressemitteilungen. Das wird alles im Vorfeld mit ihnen abgestimmt. Und dann sagen die meisten, die Polizei verbietet mir, dass ich Lösegeld bezahlen kann für meine Mehrwert. Oder was auch immer. Das ist auch nicht richtig. Sie entscheiden wirklich, ob sie Lösegeld zahlen oder nicht. Und wir beraten sie dahingehend nur. Wir haben halt nur die Erfahrung gemacht, dass es sinngemäß nicht sehr viel Sinn bietet, die Lösegeldsummen, die dann wirklich verlangt werden, zu bezahlen. Wie gesagt, und es hängt ja auch noch die ganze Entschlüsselungssache hinten dran, die auch sehr teuer ist. Um Ihnen vielleicht das jetzt nicht alles so schwarz zu malen oder Angst zu machen. Wir haben hier den Vorfall, also das sind jetzt Täter, die wir bekommen haben oder wo wir wissen, wer die Täter sind. Das ist jetzt die Gruppe, die ich eingehends erwähnt hatte, die das Uni unter anderem das Universitätsklinikum Düsseldorf verschlüsselt hatten. Also die Täter sind bekannt gemacht. Das war auch ein, oder es ist eine bundesweiser Ermittlungsgruppe, auf denen ist man noch auf der Spur, den Tätern. Dann gab es eine riesengroße Ransomware-Gruppierung. Wie ich vorhin schon sagte, im Darknet-Gruppierung, die sich zusammengeschlossen hatten, um bestimmten Unternehmen zu schaden. Das nannte sich hier die sogenannte Hive-Ransomware-Gruppierung. Die hatten in Deutschland 70 Unternehmen ungefähr angegriffen und weltweit 1500 Unternehmen. Auch diese Gruppierung konnte Anfang diesen Jahres, ja doch, Anfang diesen Jahres zerschlagen werden, aufgrund von Ermittlungen, die wieder sogar hier mit dem FBI stattfanden. Gemeinsam in anderen Ländern konnte diese Infrastruktur zerschlagen werden. Und dann hatten wir den sogenannten Takedown des Genesis-Market. Das war eine riesengroße Darknet-Plattform, wo diese Daten, die man im Rahmen von so einer Verschlüsselung abgefischt hatte von Unternehmen, quasi bereitgestellt hat und dann gesagt hat, wenn ihr uns genügend Geld bezahlt, dann könnt ihr gerne diese Daten haben. Also es war ein riesengroßer Datenleaks, der dort verkauft worden ist, oder mehrere Datenleaks, die verkauft worden sind. Ungefähr eine halbe Million Daten, also Zugangsdaten, standen dort in mehreren Paketen zur Verfügung. Es kam hier insgesamt zu sitzen, durchsuchen, also insgesamt 17 Länder wurden durchsuchen, bei Beschuldigten gemacht und insgesamt 100 Leute festgenommen in der sogenannten Operation Krümelmonster. Initiativiert vom BKA, aber auch hier waren die sächsischen Kollegen mitbeteiligt. Ja, genau. Das war es so von mir. Wenn Sie noch Fragen haben, Sie erreichen uns hier über die zentrale Ansprechstelle Cybercrime. Das sind die Kontaktdaten und hier ist auch nochmal die Telefonnummer hinterlegt, die Sie anrufen können im Fall eines Cybercrime-Vorfalls. Das ist hier der Festnetznummer, aber wenn dann die Rufbereitschaftszeit beginnt und das ist in der Regel so von 16 bis 6 Uhr und am Wochenende erreichen Sie immer hier jemanden, der Ihnen weiterhilft. Wenn Ihnen das jetzt hier die Telefonnummer ein bisschen zu schnell geht oder Sie haben nicht die Zeit, sich aufzuschreiben, Sie können auch bei Google nach zentralen Ansprechstellen Cybercrime suchen und da gibt es jedes Bundesland hat quasi so eine Ansprechstelle und dort können Sie schauen, wer oder wie die Telefonnummer oder die Kontaktdaten dann in Sachsen sind. Ja, das war es von meiner Seite. Genau. Und wenn Sie noch weitere Rückfragen, Ideen oder Anregungen haben, dann können Sie auch persönlich über meine polizeiliche E-Mail-Adresse schreiben. Ja, noch da vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schütz. Na, das war ja schön ausführlich und wirklich aber auch schön anschaulich, zumindest für mich. Bei den Teilnehmern kamen jetzt noch drei Fragen. Der Unterschied zwischen Windows-Systemen und MacOS-Systemen bezüglich Schwachstellen, also früher hat man immer gesagt, ja, Apple ist da sicherer als Microsoft. Gibt es das immer noch diese Unterschiede? Ja, also die Edelungssysteme sagen wir allgemein, dass sie ein bisschen sicherer sind. Das ist richtig. Also Apple ist ja dann auch ein Edelungssystem am Ende. Aber natürlich spezialisieren sich die Gruppen auch auf solche Systeme. Also das kann man, muss man dann im Einzelfall abwägen. Genau. Dann nochmal die zur Schadsoftware bezüglich Smartphones, also Android, iOS und deren Schwachstellen kann dort also Schadsoftware auch installiert werden? Ja, das funktioniert eigentlich prinzipiell auch ähnlich über sogenannte Drive-By-Downloads, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf irgendeiner Seite mit dem Smartphone surfen, dass sich im Hintergrund was runterlädt. Deshalb gibt es ja auch für die Smartphones auch extra nochmal Virenprogramme, die direkt auf diese Mobile Devices zugeschnitten sind oder Alarmprogramme, die dann eine Meldung geben im Falle einer Infektion. Und dann die letzte Frage, die ist natürlich sehr interessant für uns als Touristiker. Können Sie sagen, inwieweit Klein und Kleinstunternehmen betroffen sind? Sicher sind große Firmen interessanter für Angreifer, oder? Ist interessanter, richtig, aber wir haben tatsächlich fast nur Kleinunternehmen. Also wahrscheinlich, weil die IT-Sicherheit da noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Das ist so unsere Idee, die dahinter steht, weil gerade die großen Unternehmen und auch die Unternehmen, die kritisch sind, die haben natürlich die Verpflichtung, ein gutes Incident-Response-System zu haben und eine gute IT-Infrastruktur zu haben, weil die sonst gegen gewisse Regeln verstoßen würden. Deshalb richten sich die Angreifer auch gerade auf diese kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ich habe das auch schon von den Unternehmern mal gehört, um das noch zu ergänzen, dass gerade die kleinen Unternehmen da gerne auch mit angegriffen werden. Da kann man nicht so viel holen, aber in der Masse, da es einfacher ist, dort was zu holen, ist es in der Masse dann doch schon, ja, insgesamt mehr, als wenn man versucht, ein gut aufgestelltes, großes Unternehmen dort anzugreifen. Ja, das ist richtig. Genau, das macht es natürlich einfacher. Und der Kleine, der weiß auch gar nicht so richtig, dich zu wehren. Und das ist genau der Punkt. Deswegen gibt es sie ja wahrscheinlich an dieser Stelle. Und sie haben sich gesagt, da möchte man eine Zentrale einrichten. Sehr schön, dass wir das haben. Vielen Dank schon mal. Und kann ein VPN einige oder viele Angriffe abwärmen oder ist es nur teils wirksam? Das fragt ihr noch. VPN, ja, wir nutzen VPN eher so als Tunnel. Das heißt, dass wir uns mit anderen Systemen dann verbinden können. muss man immer abwägen, was es für ein VPN-Dienstleister ist. Also da wirklich mal den IT-Dienstleister, den man dann zur Verfügung hat, fragen, wie sicher denn das VPN-Netzwerk ist. Es gibt ja auch Dienste, die dann zum Beispiel gegen diese DDoS-Attacken schützen. Das muss man dann alles abwägen, wie groß das Unternehmen ist und welcher Dienstleister mir dann am besten zur Verfügung steht. Vielen Dank für diese Antwort. Da geht die Polizei auch vorbeugend zu Maßnahmen. Wen kontaktiert man dann dafür am besten? Ja, so richtig. Also das hatte ich ja vorhin schon versucht, diese Abgrenzung zu schaffen zwischen Polizei und IT-Sicherheitsunternehmen. Wir machen wirklich nur den präventiven Bereich, die Sie gerade gesehen haben im Fall von was gibt es für Phänomene, damit Sie irgendwie einen Einblick bekommen, okay, was machen denn die Täter an sich? Aber jetzt direkt zu sagen, Sie müssen das Virenprogramm installieren, Sie müssen die und die Backup-Regel für Ihr Unternehmen schaffen, dafür sind wir nicht zuständig. Das machen dann wirklich die IT-Servicedienstleister, die das dann direkt auf Ihr Unternehmen zuschneiden. Dann hätte ich ja dazu auch noch eine kurze Frage, denn gibt es vielleicht vielleicht irgendwo eine Auflistung, wo man sagt, okay, das sind wohl für Hackerangriffe in diese Richtung oder diese Richtung die besten VPN-Tunnels, die besten Sicherheitssysteme oder ähnliches, dass man sich da irgendwie mal allgemein informieren kann und nicht direkt wieder auf den Markt schauen muss und vielleicht auch jemand an einen Verkäufer kommt statt einen IT-Spezialisten. Wo es nicht unkündiger ist. Ja, kann ich verstehen, aber ist mir tatsächlich nichts bekannt. Also das wäre eine gute Frage für das BSI mal. Ich kann das gerne mal mitnehmen. Das wäre nett. Aber genau, ich schreibe mir das mal mit auf, aber mir ist jetzt da nichts bekannt, ob man da gewisse Empfehlungen gibt. Ja, vielen Dank, Frau Schütz. Das war super anschaulich auch für mich. Gerne. Und im Endeffekt nur noch kurz einen Hinweis, wer digitale Herausforderungen hat und konkret da irgendwelche Hilfe braucht, wenn man sich den Publik verschaffen will, wo er steht oder Ähnliches, gerne auf uns zukommen. und auch hier haben wir einen kleinen Link zu unseren Beratungen oder anderen Hilfestellungen wie das digitale Lernen bei uns auf der Webseite. Da haben wir schon viele Sachen und alte Aufzeichnungen auch mit drin. Ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Vielen, vielen Dank nochmal, Frau Schütz. Das war toll. Wir bleiben dann einfach weiter in Kontakt, damit wir alles zusammenkriegen. Wenn irgendwas ist, können sich natürlich auch die Leistungsträger und Teilnehmer gerne bei uns melden. Wir überleiten sie dann auch dann weiter an die richtigen Ansprechpartner. Vielen Dank soweit an die Teilnehmer und dann hoffe ich auf den Wiedersehen dann wieder mit meiner geschätzten Kollegin in der Moderation und ja, einen wunderschönen Tag noch an alle Teilnehmer. Ich bin eine Ahnung. Ich bin ein Wunderschönen Tag und dann bin ich noch ein Wunderschönen Tag und dann bin ich bin ich die Teilnehmer